Die Aufarbeitung des Sommermärchenskandals hat eine erneute Wendung genommen. Der früheren Spitzenriege des DFB wird im Zusammenhang mit dem Skandal um die Vergabe der WM 2006 nun doch auch in Deutschland der Prozess gemacht. Das Oberlandesgericht Frankfurt-Main hat die Anklage gegen die Ex-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie den langjährigen Generalsekretär Horst R. Schmidt wegen Steuerhinterziehung im zweiten Anlauf zugelassen. Auch der ehemalige Generalsekretär des Weltverbands FIFA, der Schweizer Horst Linzi, muss sich vor Gericht verantworten. Mitte Oktober des vergangenen Jahres hatte das Landgericht Frankfurt-Main beschlossen, auf die Eröffnung eines Hauptverfahrens zu verzichten. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel ein, mit Erfolg.